Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Wir sind wieder in der fünften Arche, da sehen wir hier mit Lightning als Leader und Fang und Hope und all den ganzen Sparten hier noch so rum... Oh, nicht schon wieder so ein Raum. Och Mädels, echt mal hier. Aber es scheint nicht so, als ob man links und rechts gehen kann hier. Ah ja, wie unauffällig... Na, bleib mir weg! Du doofes Vieh, du. Das gibt ja... Ach Mann, hätte ja klappen können. Na gut. Komm, hier gleich Erstangriff. Ja, drauf da. Nicht so viel Zeit verlieren, gleich Schaden und Spam und alles drauf und runter und drüber und... Aua! Ihr Dreckspieger, ihr! Das geht ja wohl hier voll nicht an, was ihr veranstaltet, Mann. Echt mal, das ist ja... Schon ein bisschen dreist. Dafür kriegt ihr jetzt mal so einen auf die Klappe, Kollege. Wisst ihr was? Scheiße, auch Hope, ey. Der Typ kann doch sowieso nichts. Bäm! So, hast du jetzt davon... Also die, ey, echt mal. Ja, das will ich aber auch hoffen, dass das 5 Sterne gewesen ist, hier dieser Kampf. Echt so dreist von erst... Na, bleib mir fern, hab ich gesagt. Hier schon... Hier sind die schon zu dritt. Irgendwie muss man die doch... Hinterrück erwischen. Hm. Ich hab Angst. Ich hab ernsthaft Angst. Na gut. Jetzt oder nie. Aaaaaaah! Hahahaha! Na. Äh. Äh. Lass mich in Ruhe, bitte. Was auch immer ihr tut, lass mich in Ruhe. Äh, hin- und hergewechselt hier. Na komm. Der eine darf ruhig drauf gehen. Dann hab ich zumindest nur 2 von diesen... ...drecksbietern im Weg. Nein, sperrt mir bitte nicht. Naaah, ist das wieder so typisch. Königs-Feder-Feng. Aaaaaah. Och Mann, jetzt krepiert mir der Assi auch noch, ey. Mann, ey. Immer dieser dumme Hope, ey. Dabei hab ich doch schon versucht, so schnell wie möglich zu agieren. Jaaaah. 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 Und dann... Oh. Fang ist mal nicht drauf gegangen. Respekt. Und dann heilt hier auch noch Hope, ey. Und dann heilt hier auch noch Hope, ey. Aber jetzt aber hier mal... Bisschen attacken. Ah, wie soll's denn anders sein? Heiler-Verbrech... Verteidiger-Augmentor... Äh, alles okay. Machen wir so. Provozieren, provozieren, provozieren. Jetzt wollen wir bitte in der Vitalphase sein. Jaaaah. Ist klar. Jaaaah. So. Blitzschlag. Jetzt können wir da drauf bauen. Zwei. Echt. Machen wir. Mann, 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 du. Das geht ja hier... Ach, wieder. Das geht ja mal gar nicht. Ohhohoho. Einsagen. Hahaha. Ein dummer schwuler Stern, ey. Ja, daraufhin Ne, nicht noch mehr von den Viechern Ich bin ja auch schon ein bisschen blöd Wenn es darum geht Weil wenn die hochspringen Hätte ich die ja eigentlich direkt Angreifen müssen, weil dann sind sie ja nicht drauf Vorbereitet und so weiter Also war das mal echt Absolut mal mein Fehler Machen wir es mal so Das macht zwar keinen Schaden Oh, sehr schön Oh, sehr schön Brauchen wir mal die Heilschränke So, dann fahren wir mal so hier Mann, Mann, Mann Ne, für den ersten bleiben wir auf jeden Fall so stehen Aber sonst läuft das mal ganz komisch Aber ganz kleinen Moment mal Slipschlag Geplänkel Geplänkel Wir gehen auch dichter mal los So, ich gebe ihm, geht auch Echt ey, so ein... Ich habe Angst vor diesen Viechern Nebenbei, wenn ihr euch wundert, warum ich mich ab und an mal ein bisschen, äh, warum ich ab und an mal ein bisschen nuschle Ich muss mir selber auch mal in real life meine Lebenspunkte auffüllen Deswegen, ähm, mit jedem mal nuscheln werde ich um 250 Punkte geheilt Deswegen, ich futter gerade Schokolade Ihr kennt das vielleicht Hm, das wollte ich ja gar nicht Hm, mhm So, dann sehen wir hier gerade aus Hm Hm Ja, diesmal ist die Kiste auf der anderen Seite auch gut So, äh, Unter-, äh, und hier Knochen erhalten Was befindet sich denn dahinter? Ist das ein... Oh, da ist noch mal ein Speicherpunkt Was zum... Oh, nein Och, nein Och, bitte, nein Aber doch nicht zwei von denen gleichzeitig Was muss denn das sein? Och, man, ich habe euch doch auch ganz doll lieb Echt mal So, äh, bei dem Kampf machen wir auf jeden Fall erstmal eine kleine Pause hier Äh, wie viel von denen haben wir jetzt? Äh, ein Gut, okay Pause Stopp Wir sehen uns gleich wieder Tschüss Und da ist noch mal ein